Ja und morgen ist ja dann unter anderem Köln gegen Bayern dran mit einer Notbesetzung. Welcher Spieler wird denn am schmerzlichsten dann fehlen und was für ein Spiel wird das überhaupt? Bayern gegen Köln, die Kölner müssen zu den Münchnern, das ist schon mal eine schwierige Grundvoraussetzung und das Thema ist, dass den Kölnern eigentlich der wichtigste Spieler schon seit der Saisonanfang fehlt, nämlich Antonio Modest, dessen Torjäger, den vermissen sie da schmerzlich. Jetzt haben sie gar keinen Stürmer mehr, da haben sie jetzt auch noch alle potenziellen Nachfolger auch verletzt, also Köln reist ohne kompletten Stürmer oder muss ohne Stürmer gegen die Münchner ran, das ist grundsätzlich aber auch gar nicht so schlimm, weil sie in erster Linie glaube ich in der Defensive aufpassen müssen, dass die Bayern sie nicht überrennen und vielleicht können sie da mit Glück was mitnehmen, aber das sind nicht die Spiele, die jetzt Köln braucht, um noch irgendwie in der Liga zu bleiben. Trotz alledem hoffe ich, dass sie das nicht abschenken gegen die Bayern, sondern auch da morgen gegenhalten werden. Und Kölns neuer Geschäftsführer, der scheint ja gerade nicht ganz so motiviert. Armin W. plant schon für die zweite Liga. Ist das ein bisschen zu früh? Also ich glaube schon, dass Armin W. motiviert ist. Das glaube ich dann doch schon. Alles andere wäre herrlich, wenn du einen neuen Job übernimmst und nicht motiviert reingehst. Aber grundsätzlich macht er seinen Job und egal wer da jetzt gerade Sportdirektor ist, der hat die zweite Liga zu planen. Köln ist die schlechteste Mannschaft zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga-Geschichte. Also wenn man sich nicht jetzt schon langsam mal zumindest ein paar Gedanken über die zweite Liga macht, dann würden die Herrschaften ihren Job wirklich komplett falsch machen. Und also das muss sein. Aber nichtsdestotrotz, wie heißt das so schön, Phrasenschwein, solange es rechnerisch noch alles möglich ist, wird auch Köln versuchen, in der Liga zu bleiben. Es wird aber in der Tat immer, immer schwieriger. Und ja, wer jetzt glaube ich noch auf Köln setzt, dass sie nächstes Jahr in der ersten Liga spielen, der kann ordentlich Geld verdienen. Weil so richtig Glauben tun auch die Wettmacher daran nicht mehr. Gut, dass das auch alles können. Wenn sie sich nicht damit abOhren-deichern beten, wollen wir schon mal erklärt, kurz vor siemenschen. Dann werden nocht. Danke перв, heroic. Und jetzt kannst du auch so richtig. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Vielen Dank.